Der 12. Dezember, das 12. Türchen. Ich bin jeden Tag aufs Neue begeistert und eigentlich berührt davon, wie viel Arbeit ihr euch da immer schon das ganze Jahr macht oder die Monate davor, um mir zum Geburtstag so eine Freude zu machen. So kriege ich die da runter. So, die Nummer 12. Trinkschokolade mit Chili. Ich liebe Trinkschokolade. Und ein Pinkie und alle denken an meine Farben und alle denken daran, was ich gerne mag. Das ist schon sehr, sehr, sehr aufmerksam und lieb von euch. So, die werden wir aber nicht so schneiden. Diese süße Pinkie Schleife für Leiser. Und da haben wir eine Geschichte. Und da haben wir... Ups! Genau, das steckt aber sehr, sehr gut drinnen. Das hatte sich verklemmt. Ein Weihnachtsbäumchen. Liebe Elli, alles Gute zum runden Geburtstag. Ja, der war ziemlich rund. Elisabeth B. Pinyasse würde ich meinen. Genieße die Adventszeit. Danke, liebe Namensschwester. Das werde ich tun mit einer Bio-Trinkschokolade. Mit Chili. Ich glaube, die wird den heutigen Tag auch nicht überleben. Jetzt habe ich gar nicht im Radar, ob ich die Geschichte vorlesen darf. Der kleine Tannenbaum. Ich schaue mal. Von Manfred Küber. Also, ich werde wieder schauen. Es war einmal ein kleiner Tannenbaum im tiefen Tannenwalde. Ich werde nachsehen. Vermutlich werde ich auch diese Geschichte im Netz finden und euch dazu einen Link geben. Danke, liebe. Es ist so schön, eure Weihnachtsgeschichten, die ihr da zusammengetragen und zum Teil selber geschrieben habt. Danke, liebe Elisabeth. Du hast natürlich ganz mein Farbpotpourri. Sehr schön. Ich werde die heiße Trinkschokolade gleich nachher genießen. Danke.